Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3. Wie im Let's Play Saints Row to Charm angekündigt nehme ich eine Sch... Okay, okay! Was? Was war in Paris? Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz. Dimpel-Einheit. Dimitri Dima Majakovski. Genau der Typ von Solgatik... Okay! Das sieht ein bisschen aus wie ein Clown. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben Sie wissen warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen was in Paris passiert ist... Sag es ihm. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der einzige der weiss was wirklich in Paris passierte ist Dima. Okay! Und nun sollen wir diesen... Haben wir diesen Dima geschnappt oder dem geholfen oder was? Und eben wie gesagt ich nehme eine Stunde auf. Ich hoffe, dass die amerikanische Leute machen. Ach du Kake! Du bist so gut! Du bist so gut! Ja, das ist so wichtig! Ja, das ist so wichtig! Ein Moment mal kurz! Okay, sollte in Ordnung sein! Wie mit der französische Polizei? Wenn es die Bombe zerlässt, dann würde man sie nicht mehr sehen. Ach du Kake! Ja, Millionen die Menschen sterben. Ja, das ist so wichtig! Ich kann nicht mal die Polizei ausführen! Okay! 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 Ich könnte ja bitte auch mal Deutsch reden, denn... haben wir nicht, dass die Soldaten zu helfen haben... Hey, Vater, nicht alle... hast du einen Dach schadet? Vater, nicht alle Fußgänger rum? Mann, Mann, Mann! Ja, das ist so wichtig! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht weiß. Ich weiß nicht, dass wir uns die Menschen tun. Ich weiß nicht, dass ich das nicht gedacht habe. Ich habe das... Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das richtig gearbeitet. Ich habe die Strecke gewählt. Wir sind in der Zelle von der Brunnen. Wir sind in der Zelle von der Brunnen. Oh, spielen wir jetzt DIMA? Schnauze! Oh, schönes Teil. Damit können wir was anfangen. What the hell? Wie krass. Nein, eigentlich voll nicht krass. Äh, nein, heißt hier, die Nuklearbedrohung Zutritt verschaffen. Was? Hier. Ähm, Draht durchschneiden, okay. BÄM! So, mach mal Platz da. Ja, also mit diesem Teil lässt sich was machen. Okay, gib mal ein bisschen Gummi. Okay. So, Sam Fischer Style. Ach du Kacke. Wieso haben die mich gesehen? Sie standen doch mit ihrem Rücken zu mir. Ja. Okay, okay, okay. Chillin! Deckung wechseln. Nochmal. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay. 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 Oh, schönes Teil. Okay. Oh, schönes Teil. Okay, ja wo sind denn die zum Henker? Verdammt, den Penner! Hoch! Okay! Ich bin bereit, lassen wir's krachen! Verdammt! Okay, okay, chillen, chillen, chillen! Wo sind denn? Hier! Oh, 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 oh! Verdammt! Ja, sorry! Die Granate ist da ein bisschen in Fehl geflogen! Bis denuten! Uah! Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Verdammte Kacke! Ja, sorry What the help? So Wow Oh 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 Ah, die war genug, weit genug weg Nein, bitte ein Checkpoint, bitte ein Checkpoint Ich möchte das nicht nochmal von vorne machen Bitte ein Checkpoint Yes, ein Checkpoint So Oh, welch ein Wunder Kennen wir ja noch überhaupt nicht So, passt auf, ich renne da mal hin Bitte Nachladen Ich muss mir ja mal angewöhnen, die Magazine zu Ende zu feuern, bevor ich nachlade Bitte Mann Wie soll ich denn da zu was kommen? Warte, helb Wie soll ich denn hier was machen? Warte, helb, helf mir doch mal Ah, verdammt Mann Okay Verdammt Vielleicht trifft er, wenn ich ihn Zeit verschaffe So Mann, du könntest mir auch mal ein bisschen Zeit verschaffen Wow Wow Verdammt Mann Verschaff mir doch mal ein bisschen Zeit Okay Okay Verschaff mir Zeit Okay Ich bin nun in der Position zu verhandeln Nur noch hund Also 30, 40 146 Schuss Okay Geh rein Cyril Kirill Oh, wie der auch immer heißen mag Huch, das war das Linke Seite, linke Seite Was linke Seite Ach, du kacke Ach, du kacke So, bitte Ich weiß nicht, wir müssen uns aufhören, jetzt ist das nicht wichtig. Wir müssen die Jäger und Schmacken nehmen. Okay, 900 Projekte, da müssen wir Stufen gehen. Okay! Ich finde die Übrigen. What the hell? Soll ich? Oh verdammt! Hier, friss! Bäm! Hier! Danke, Mann! Freutflug! Da hat man es weh getan haben. Ich finde es übrigens auch schön, dass man wirklich durch diese Brille durchsieht und auch die Lichteffekte auf der Brille. So seht ihr auch die Partikel, wenn was auf die Brille kommt. Und die Atemgeräusche. Weil man... Ich kann ja da nicht sonderlich gut atmen unter so einer Maske. Okay! Wo seid denn ihr? Ja! Aber der... ...hat sich ungemeldet vorgelehnt. So! So! Go, go, go! Nachladen! Ach du Kacke! So! Wo bleibst du denn? What the hell? Mann! Mann! Mach doch hier nicht alles kaputt! Putenhirne! Mann, Mann, Mann! Hier fliegt ja alle drum! Oh Mann! Oh Mann! Diese Pottsau! Wie darf... Verschafft mir ein bisschen Zeit! Wow! Ich habe gesagt Zeit verschaffen! Also ich verstehe unter Zeit verschaffen, was da anträgt. Zeit verschaffen heisst bei mir, dass der mal ein bisschen den Beschuss auf euch lenkt und ein bisschen den Kreuz und Gewehr feiert, dass die anderen sich nicht aus der Deckung getrauen. Das heisst bei mir Zeit verschaffen. Nicht ein bisschen rumstehen und warten. Das wäre dann Gaffen und nicht Zeit verschaffen. Sondern Zeit vergaffen! Jawoll, ja! Hoffentlich! Ja! Kommt auch ja keiner raus, nicht? Nicht wieder so wie beim letzten Mal, als ich durch die Tür... Wisst ihr wat? Ja, geh dir durch die Tür! Ähm... Ja, hallo?